Hallo, wir sind gerade mit unserer Fledermaus unterwegs. Wir gehen hier lang. Das ist das Schild im WfW, komm nicht durch. Also gehen wir da durch. Hallo? Seht ihr uns? Ne, ne? Nein. Die machen ja keine Fußspuren und die Dinger sind ja so relativ blind. Und hören uns nur. Was sagt das Schild? Gewicht kontrollieren. Der Gewichtsaufzug bringt Dinge abhängig vom Gewicht an verschiedenen Orten. Leichtes kommt nach oben, Schweres nach unten. Wer hätte das gedacht? Ich will nach oben. Achso. So, dann bring mich nach unten. Hm. Ich will mich da aber gerne in die Mitte. Ja. Du hast Map A gefunden, super. Eine Truhe. Juhu, Blut. Huch, ich wollte doch durch die Tür da. So. Wo sind wir? Hm. Ich denke mal, dass wir das machen mussten. Ich hoffe es. Fuck. Ich habe keine Sonnenenergie mehr. Also gehe ich nochmal raus. Hier gibt es natürlich keine Sonnenenergie. Äh, da werden wir wohl den umständlichen Weg nehmen müssen. Wo sind die Fähigkeiten? Erde ich doch gerade, oder? So. Und vorspulen. Das kann dauern. Hm. Okay. Haben wir irgendwas zum Auffüllen? Leben wird aufgefüllt. Vergiftung. Vergiftung. Sonnenstrahlen. Leben. Gut. Ich denke mal, zum rausgehen reicht's. Und dann gehen wir doch mal raus. Oh nein. Ähm. Egal. So. Geh jetzt runter. Kleiner Vampirjunge. Ha, ha, ha. Da habe ich wohl was ganz Intelligentes gemacht. Gehen wir hier hoch. Was ist da? Geh da den Speit lang, Diango? Ähm. Hä? Hm. Hm. Okay, dann nicht. Dann gehen wir halt woanders hin. Du musst vorsichtig sein, Diango. Vampire werden durch Wasser und Sonnenstrahlen verwundet. Sogar Pfützen können dir Schaden zufügen. Lege deinen Schutz also niemals ab. Du musst sie benutzen, die Dark Magic, die Kraft der Vampire. Schaden später sein. Ja, damit können wir rüberfliegen. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, ist okay. Ja, Otenko oder wer auch immer du bist. Wir haben es verstanden. Die habe ich natürlich rausgeworfen, die Fähigkeit. Äh. Nein, ich will den Sarg raus haben. Den brauche ich sowieso nicht. Ähm. Ja, den will ich haben. So. Dann flyen wir mal drüber. Hm, hm. Kreisschlüssel, den brauchten wir doch irgendwo. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich hoffe mal, dass wir den Ort bald wieder finden. Aha. Äh. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte da hin. Da würde ich auch nicht langen. Da hin wollte ich. Gehen wir mal da rein. Ah, Vampire. Aber hier waren wir doch auch schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Aber ich glaube, wir müssen nach oben, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich gehe einfach mal nach oben. Ähm. Okay. Ich esse einfach mal was. Fleisch. Yeah. Ähm. Ich brauche es mal nicht. Und los. Führ dich auf. So. Machen wir es erst mal runter. Ja, das ist so. Stopp, stopp, stopp. So. Ha, hier ist die Tür. Benutze Kreis Key. Ähm. Hier geht das Licht so nicht an, okay. Eine Truhe. Ich dachte schon, du bist ein Fake, aber du bist kein Fake. Ba, ba, ba. Wo gehen wir lang? Da, da. Hm. Wir sind schon wieder die ganze Zeit vergiftet. Das finde ich nicht gut. Gehen wir mal da rein. Hä? Hatten wir das gerade, das nicht gerade schon? Ich habe ein Déjà-vu. Aber wir waren davon noch nicht, Feuer noch nicht drin. Pass auf, wo du hintrittst. Trotz du auf einen Klangboden, da tönt ein lortes Geräusch. Das Geräusch verrät dein, dein Aufenthaltsort und lockt Monster an. Sei auf der Hut. Natürlich. Nee, da muss ich auf den Boden gehen. Das ist nicht gut. So, Zombie, weg da. Egal, schnell rüber. So, und da rein. Wo geht's da lang? Ja, das ist ein anderer Ort, habe ich mir doch gedacht. Geh nochmal da lang. Ich will da zu der Truhe, die da gerade war. Aber hier waren wir auch schon, oder? Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Ja, hier waren wir schon. Das war gerade wahrscheinlich nur als Abkürzung gedacht, was hier ziemlich oft ist. Eine Abkürzung. Fällt mir gerade nur so auf. Oh, ich finde unsere Flügel voll cool. Ich will auch so eine Flügel haben. Wo ich dazu ein Vampir werden muss. Oh, kommt der ja. Nieu. Gut. Gut. Von wo kamen wir jetzt? Ich glaube von da oben. Also geht auch wieder lang, Diango. Ja, hier ist der Kasten. Geh nochmal da rein. Abgeschlossen. Tür stellt ein Kreis. War doch gerade auch schon ein Kreis, oder? Sagt sie mich auf oder. Mir egal. Da will ich noch nicht rauf. Da geht's nicht lang. Also gehen wir doch da rauf, oder? Ging's da jetzt geradeaus weiter noch? Nein, da war ein Loch. Ein wunderschönes, formschönes Loch. Dann gehen wir nochmal hier rauf. Gut. Und durchs Fenster. Da rein. Da rein. So. Hauen wir mal den Scheiter hier runter. Durchs Tor. Hier waren wir aber auch schon. Glaube ich. Ja, hier waren wir schon. Mal wieder nur eine sinnlose Abkürzung. Und durch. Gut. Da geht's weiter. Ah, hier ist der Klangboden. Oder noch ein Klangboden. Ich weiß es nicht. Ich glaub. Ne, es ist ein neuer Klangboden gewesen. Äh, ja. Find ich gut. Ah. Hier war eine versteckte Truhe. Super, jetzt können wir den Weg nochmal zurückgehen. Freut mich aber. So. Ähm, wo müssen wir lang? Wo ging es lang? Ich hab's vergessen. Oh, Schieberätsel. Mal sehen. Den auf den grünen. Den auf den blauen. Ähm. Den da hin. Den da rüber. Was? Fuck. Okay, können wir nochmal machen. Fuck. Gut. Dann starten wir das Ding nochmal. Ja, für 400 Soll haben wir zwar nicht, aber egal. Naja, automatisch nach drei Tagen. Gut. Nochmal. Diesmal mache ich alles richtig. Und verbaue mich nicht. Okay. Ich hoffe, dass ich alles richtig mache. Wenn nicht, wäre das... ...schlecht. Ich hab's schon wieder falsch gemacht. Oder? Geht das noch? Egal, wir sind zum nächsten Part. Bis dann. COPYRI. Upbrid. ệільки. Immer. Ich war bei. Bis dann. Hey.